Freunde, eine Frage, wer ist der richtige Lombardi? Er hier oder er? René, wer ist der richtige Pietro? Nach dem leckeren Essen ist es natürlich immer wichtig, ein leckeres Dessert zu haben. Und hier wurden wir von Harald hergerufen, Besuch Nummer 2, leckere Zitronenrufen, auch mit den Jungs. Und ja, freut mich, dass wir uns mit Willi getraut haben. Ja, ebenso.